Auch in diesem Jahr findet wieder die Sparkassen Fairplay Soccer Tour statt. Der Wettbewerb, bei dem in einem Kleinfeld dreiminütige 3 gegen 3 Spiele ohne Torwart gespielt werden, geht 2015 schon in die 16. Runde. Sparkassendirektor Thorsten Wessels freute sich, die Veranstaltung in diesem Jahr erneut in Dessau-Roslau zu haben. Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour, das ist ein Fußballwettbewerb, der sich aus dem Bereich des Straßenfußballs heraus entwickelt hat. Und im Jahr 2014 feiert er sein 15-jähriges Bestehen. Ich denke, insgesamt eine ganz tolle Erfolgsbilanz, wenn ich auch nochmal die letzten Jahre zurückschaue. Es sind allein in diesem Jahr wieder 14.000 Teilnehmer dabei. Auch dann bei dem Finale in Prora werden, denke ich mal, auch Teilnehmer aus 19 Ländern dabei sein. Die Teilnehmerzahlen sind die letzten Jahre permanent gestiegen. Ich denke, insgesamt eine sehr erfolgreiche Geschichte. Zusammen mit René Tretzschok, dem Vizepräsidenten der Deutschen Soccerliga und ehemaligen Fußballprofi, alle Einzelheiten zu dem Regionalausscheid in Dessau-Roslau. Am 19. März in der Anhalt-Arena können Mädchen und Jungen-Teams in jeweils vier Altersklassen antreten. Gerne können Schul-, Vereins- und Jugendclub-Mannschaften teilnehmen. Man informierte jedoch nicht nur über die Soccer-Tour, sondern auch über einen Workshop zum Thema Fairplay, der an diesem Tag in der Sparkasse Dessau stattfand. Ja, das hängt auch, wie gerade schon dargestellt, eng mit dem Thema Fairplay zusammen. Man muss dazu sagen, die Spielwertungen sehen wie folgt aus. Auf der einen Seite zählt natürlich im Fußball das Ergebnis, die geschossenen Tore. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine sogenannte Fairplay-Wertung. Das bedeutet, die Mannschaften inklusive deren Fans, die sich hier am fährsten verhalten, bekommen auch eine entsprechende Platzierung bzw. findet dort ein Ranking statt. Und wie bei allen Sportarten, auch so hier beim Soccer-Turnier, kann es natürlich immer mal hitzige Situationen geben. Und dazu werden, und das ist der heutige Workshop, sogenannte Streitschlichter ausgebildet, die einerseits natürlich Streitigkeiten schlichten sollen, aber auf der anderen Seite auch letztendlich einen Beitrag zur Bewertung beitragen, wie fair oder, ich will nicht sagen unfair, aber vielleicht optimierungsfähig vielleicht das ein oder andere Verhalten noch sein kann. Und sie sollen irgendwo ausgleichend im Grunde tätig sein. Markus Frey, Projektkoordinator der Fairplay-Soccer-Tour, ergänzte dazu, dass man im Workshop für die Streitschlichter den Kindern das Thema Fairplay nicht nur stumpf erklärte. Vielmehr hat man im Dialog und durch interaktives Lernen ergründet, was Fairplay eigentlich ist und die Bewertungsgrundlagen gemeinsam erarbeitet. Ziel der Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour ist es natürlich, das Fairplay zu fördern. Ebenso sollen Werte wie Fairness, Respekt, Transparenz und auch Integration vermittelt werden. Wessen Interesse an der Fairplay-Soccer-Tour geweckt wurde, kann sich ab sofort kostenlos anmelden. Entweder vor Ort in der Sparkasse oder auf www.soccer-tour.de. Dort findet man das Formular, das dann per Post oder Fax an die Deutsche Soccer-Liga geschickt werden muss. Am Ende des Pressegesprächs durften auch die Kinder des Workshops Fragen an René Tretzschock stellen. So bezog der Champions-League-Sieger Stellung zur aktuellen Situation seines ehemaligen Klubs Borussia Dortmund. Zum aktuellen Geschenk kann man nur sagen, und die Daumen drücken, dass Borussia Dortmund da rauskommt. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, jetzt ad hoc zu sagen, in den nächsten drei bis fünf Spielen werden sie jedes Spiel gewinnen. Weil sie spielen jetzt in zwei Wochen in Leverkusen. Und ich glaube, der Obomoyang, der ist noch beim Afrika Cup. Also Kagawa ist auch weg beim Asienmeisterschaften. Es gibt schon wieder neue Verletzte. Also ich leide momentan richtig darunter.